Servus Freunde, Dino hier und willkommen zu einer neuen Runde von Smite Dranked. Heute mal mit Horus als Support. Er ist ein sehr guter Support, sehr nerviger und sehr starker, muss man auch sagen. Ich denke, wir holen uns Shirt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn noch nie gespielt. Seine passive. Okay, okay, ist noch wichtig. So, was healt? Okay, die 3 healt. Das ist der Dash, die 1. Ich fange mit der 1 an auf jeden Fall. Dann den Dash. Gucken wir mal. Ich spiele so selten Support. Ich war früher mal relativ gut, aber jetzt ist nicht, ist nicht meins. Okay, die haben auf jeden Fall gut Bock gegessen. Ah, okay, der Hit danach ist direkt. Oh, das ist keine gute Idee. Oh, shit. Oh, jetzt habe ich zu viel Pog gefressen. Digga, ich weiß auch nicht, warum er so lange da geblieben ist. Das war doch... Ah, leck mich am Arsch. Run, bro. Digga. So. So. Jetzt habe ich kurz Prost abgelassen. Hier sind Level 2. Richtig geil für uns. Das Problem ist auch, Terra. Ich kann sie nicht hochhauen, wenn sie auf ihrer 3 ist, weil ich weiß. Natürlich nimmt er jetzt den Purple, weil er ist immer nah an den Gegnern. Der Polo, der macht auf jeden Fall Auto-Attacks. Ja komm, tank du Hund. Jetzt hast du verdient. Jetzt müssen wir chillen, bis ich meinen Geal habe. Ich glaube es wäre besser, wenn ich die drei nicht auf Instacast mache. Ich bin der Kaste. Ich bin der Kaste. So. Ich bin der Kaste. Ich bin der Kaste. Ich kann nur zu Dingern fliegen. Minions, Götter, Gegner weiß ich gar nicht. Mit der drei kann ich zu Gegner fliegen. Okay, nur zu Freunden. Eigentlich sollte ich den mal im Jungle versuchen. Okay. Oh bro. We are dead. So. So. Dead. Egal. Ich bin schlafen. Ungutes Gefühl, ja. Ah. Wir haben doch noch was davon rausbekommen. Wir haben doch im Hintergrund gezogen. Das geht. Oh. Das geht's. Oh. 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 so dann holen wir uns wir machen nicht ein auf super support blackton und dann gehe ich defense das ist doch okay 10 16 und sind auf jeden fall vorhanden sila Was ist das Problem? Was sehen meine Augen da? So, halten wir uns noch einmal. Man kann so weit fliegen. Ah, ich bin zum Falschen geflogen. Achtung. Pfft. Der Damage-Tiger. Ey der ist im Jungle Bro! Du kannst ja Auto Attack canceln as fuck! Ach da war ein Apollo. Du kriegst ja nach deiner 2 direkt noch, ich glaube die 3 zu nexten wäre besser. Ah, ich falle ihn hier. Digi, du kannst ja mit dem Piedeln wie ein Bastard, Alter. Okay. Ich muss den safe im Jungle ausprobieren, Leute. Das kann nur gut werden. Reduziert sich die Cooldown? Mhm. Das ist Physikal Defense. Okay. 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 Your middle power is under attack. I will live on as the legend of the ocean. Ah, das ist es, Alter. Wenn man Horus richtig spielen kann und die Ulti richtig einsetzt. Oh, ich hab den Dash nicht geschafft. Vielleicht kann ich nichts zeigen. Ah, schade. Ich kann einfach jetzt rüberfliegen, ne? Komm schon, Bro. Oh. Oh, du bist. Oh, du bist. Ich bin. Was ist das? Oh Scheiße Ah ich wollte ihn noch stunnen bevor er... Schade Das war schade Hauen wir uns Blink Jetzt haben die so ein Magical Poseidon Ich würde sagen dann holen wir uns noch das hier Wird es auch gut leben Er braucht auf jeden Fall eine Weile bis er unten ankommt 2 Sekunden Okay 2 Sekunden 3 Sekunden 2 Sekunden Diggi, Hokus ist broke? Alter! Tehil! Das war's. Das war's. Wtf. Ich habe jetzt 10% cooldown. Ich würde sagen, Higher Pride winholen wir uns, dann haben wir unsere 30% cooldown. Das reicht dann. Das kleben wir schnell mit meiner Glück schaden. Was macht das noch? Protection Reduction. Alter. Oh scheiße, ich habe kein Scher. der Bollut ist daun oh schön hat er halt zu tun was hat er da hat er da was hat er da was hat er da was hat er da Oh scheiße, das war zu viel, das ist gut. Haben wir die zwei, Bro? Ach, wo ist so eine Nervensäge? Pride Twin, wo ist das hier so? Ich habe das Gefühl, er wird sterben. Doch nicht. Aber er scheint sehr gierig. Da hatten wir uns gerade davon. Okay, ich kann noch mal auf der Kip für eine Zeit. Oh Gott. Tiki, der Pile! Oh, die haben Goldfiel geklappt, ah ne, ist willkommen. Digger, Horus ist scheiß broken! Tiki, der Pile! xD Jetzt haben wir Pride Win Wir haben Primal, also wir hauen sie runter wie nichts den Fire Giant Der Building Stack nimmt die einfach weg, was ein Stück Scheiße Vergeheuer Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt sterben wir auch noch, wegen so dummen Scheiße Ich hasse es, die Leute ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich habe das Gefühl, ich spiele alleine gegen die ZDF, 2020 Heute mein Leben? Das sieht aus wie mein Leben Was ist los? Blöd Was ist das? Was ist das? Diggy! Fucking great! Digga! Das war sehr vieles. Ich habe eine Art und Sorge. Jetzt kommt der Lange. Ich habe eine Aktion. Ich bin der Lange. Jetzt wurde man die Kulturelle. Ich bin der Lange. Ach, jetzt bin ich wieder ein bisschen ruhiger geworden, musste mich konzentrieren. Na wobei, ich brauche nicht packen. Okay, ich brauche nicht packen. Das war's für heute. Tega, das Typ. So viel Glück. So viel Glück. Okay, der geht rein. Ich habe das Gefühl, ich bin echt unsterblich mit dem. Das ist so krass. Okay. 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 Was ist das? Nur Zonen, dafür habe ich es gemacht. Oh, das hat funktioniert. Okay. Oh, ist sie. Digi, ich habe das Game gecarried, Alter. You piece. Alter, es ist Horus Kronk, man. Du kannst so nerven. Wow. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Vielen Dank.